Hallo, ich bin Francisco. Ich bin seit eineinhalb Jahren GPD für Coma. Mein Name ist Sonja Balvodes. Ich bin CEO von Coma und seit zwölf Jahren unternehmen und liebe das, was wir hier tun. Die Kollektion besteht aus fünf T-Shirts, wo wir verschiedene Frauen zeigen, die in unterschiedlichen Facetten sind ihres Lebens mit unterschiedlicher Herkunft. Wo man ganz klar sieht, dass Einzigartigkeit, Selbstbewusstsein, mutig zu sein sehr wichtig ist und dass diese Eigenschaften alle Frauen mit sich tragen und das wollen wir in diesem Tag herausstellen. Der Weltfrauentag ist für mich ein Moment oder ein Tag, der so wichtig wie nie ist und ich finde, er bekommt eine immer größere Bedeutung, weil er noch mal mehr reflektiert, wie wichtig es ist, darüber nachzudenken, welche Bedeutung wir Frauen in der Gesellschaft haben. Und wir sind heute noch lange nicht da, wo wir sein könnten. Mein Vorbild ist meine Mutter. Sie ist eine Frau, die immer gearbeitet hat, die immer viel gekämpft hat. Sie hat uns die wichtigsten Prinzipien und Werte weitergegeben. Ich verbinde damit ein Engagement unsererseits, diese Frauen, die wirklich eine große Herausforderung zu meistern haben, zu unterstützen. Und wir finden es wundervoll, was DKMS Live wirklich tut. Es ist für jede dieser Frauen, die das durchlebt, eine große Herausforderung. Und das möchten wir super gerne unterstützen und finden, dass das so viel Power von allen Seiten braucht, um diesen schwierigen Prozess zu überstehen. Und dafür müssten wir die Frauen bestärken. Nehmt euch eure Chance. Ihr habt sie verdient. Ihr seid stark und jede Frau can do it. Frauen sind trotzdem gleich stark. Die sollten alle die gleichen Chancen haben. Die Aura, die sie mitbringen, ist, egal wo sie herkommen, super wichtig für die allgemeine Gesellschaft und die Welt.